bitte gebe es zu also den scheiß magst er ein bisschen geld verdienen genau kannst du ja ein bisschen buch ein kinderbuch schon ok ist jetzt die zahme schilke und andere tipps in kindergarten schildkröte essen ungesund warum schildkröten essen ungesund ist erklärt uns heute professor doktor jonathan kellington von der universität man hätten albert einstein uni albert von hätten einstein uni so ist ja wichtig ne ist schon ein wissenschaftliches buch für kinder kinder echt geschrieben wir schreiben mit erstes buch wird ein geiger werden arzt gott sind wir vielfältig wenn wir können sie aber ob ich gar nicht mehr gar nicht mehr in karten er wird kostet kein geld kostete unser ruf kann man nicht lesen an der erste schreibt wieder die bescheuert werden wir machen gar nicht nicht er zockt gerne der hobby ist und schafft 1 7 4 und sich die wird sich in kreaktion tation ausfüllen lassen ok und kreativ Ah, ich bin ja ja, ich bin für dich. Okay. Hey da. Das ist so gut. naja wenn ich mich hier um ok da wollen wir nach dem schrauben das ist das ist das ist also momentan lesen also sie kommt zu mir um zu zocken und wir kaufen ok wo es jetzt sogar immer im trinken und 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 hm Wow. das sind zwei kanalien man kann ja mal nachfragen ist ja nichts dabei die singe okay das ist eine höflichkeitsfrage bist du single was du denn jetzt kann doch nicht wer ist klugen bücher kaufen Warte mal, Fähigkeiten? Nee, Backen auch nicht. Charisma, Comedy, nee, Fitness auch nicht. Garten, nein. Geschicklichkeit. So, okay, ich hab mal weniger Geld. Äh, nicht gut. Äh, ich hab ein B, 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 ich hab ein Kaufer. Ah, ne? Irgendwie noch mal die neuesten Spiele? Genau, dann können wir Geschicklichkeit mal lesen, haben wir alle drei Bücher schon. Aber gut, ich will sagen, reicht jetzt auch erst mal mitkaufen, ne? Nee, wir haben jetzt so viel gekauft, das gibt's gar nicht mehr. Run, die sind eigentlich schon wieder ich alle Drogen bekommen, oder? Tschüss. Lieber, Lieber! Wirklich? Wirklich einfach mal eine Bogen... Wir kommen JEBINota! Sind wir Wonä Corabau. Das ist K誕inavor. Os Max Christiansen! ydi! Die Bäume und Entscheidungen haben ich geseheniczne? Dass du ihn sagst, was wir waren? Espenal R.B. Ah, sehr schön, Herr Bini. Ich bin nicht sicher. Luchat! Schwörbsa! Bezüge! Wiespuh! Wiespuh! Zargü, Zargü! Hogan! Wiespuh! Grispa! Uvar Tilsk Taruda Inns Abdu Torga Drinks to Grausay Grausay Wiespuh 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 Du bist P 왔 Wiespuh 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 altern übrigens dass wir selber also das schläft immer hast du ein stöder ist nicht ja gut wenn das nicht stört ja okay eine verabredung können wir machen das würde ich gerne machen das in ordnung ja wenn aber ein bisschen kleiner messen lecker es ist auf jeden fall nicht mehr vegetarisch schneidest du immer die finger amputieren von völkisch gewesen dann Oh, uh-huh. Now, let's get up. Okay. Einfach sagen, komm, Rammel, den Scheiß, lass mal auf, ne? Genau. Genau. Äh, ich hab' den Ball geschmissen, aber okay. So. Und die jetzt mal wiederkommen. Nein. Denn... ... 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